Hallo und Willkommen bei German Blanket Airgun Reviews. Heute mit dem versprochenen kurzen Video zu den 9mm PAK von Weiter. Die teste ich jetzt nochmal extra oder zeige ich euch nochmal extra und zwar mit vier verschiedenen Pistolen. Einmal mit der Soraki 906, mit meiner neuen Munitions-Testpistole Smith & Wesson M&P 9C, mit meiner alten Weiter P22 und meiner alten Browning GPD-A9 in Nickel. So, und dann werden wir jetzt mal schauen, wie die Munition sich schlägt. Machen wir mal Licht aus. Gehörschutz fangen wir an mit der Browning. Das ging schon mal ohne Probleme. Weiter P22. Auch ohne Probleme. Dann die Smith & Wesson. Wow. Funktioniert top. Und die Soraki. Jawoll. Super Mündungsfeuer. Keine Klemmer, nix. Ihr seht also die Walther. Mal abnehmen. Ist auch absolut eine top Munition. Und bei dem Mündungsfeuer, ich hoffe ihr habt das ein bisschen gesehen, auch für Silvester super geeignet. Und auch für die Walther gilt, wie für die anderen drei Sorten ich euch gestern gezeigt habe, bei 10 Packungen kriegt ihr auf jeden Fall eine Gorilla-Ganzmütze noch mit dazu. Ihr müsst jetzt nur hier gucken, dass Geld und Altersnachweise rechtzeitig noch da sind. Und ich denke mal, wenn das am 29., ne, geht ja nur noch am 30. Ja, ist die Frage, ob das am 31. dann noch da ist. Wenn es alles am 27. da ist, habt ihr es auf jeden Fall noch bis zum 31. Also, beeilt euch. Alles klar. Schöne Weihnachtstage wünsche ich euch. Bis die Tage, bis zum nächsten Mal bei John and Black in Ergern und Videos. Ciao Leute.